Schon wieder das Telefon. Ich muss eigentlich arbeiten. Ich gehe da jetzt mal nicht dran. Telefon, du nervst. Das klingelt ja immer noch. Ey, gib endlich Ruhe. Leg auf. Boah, der ist ja unverschämt. Der lässt es einfach immer weiter klingeln. Mann, jetzt gehe ich doch mal dran. Das endet ja nie. So wie dieser Anrufer mich genervt hat, so sollen wir auch Gott nerven, sagt uns Jesus. Nicht am Telefon. Aber wenn du eine Bitte an Gott hast, dann gib nicht so schnell auf. Immer schön dranbleiben. Das erzählt Jesus uns jedenfalls im Gleichnis von der Witwe, die den ungerechten Richtern nervt, weil er ihre Akten hat verschwinden lassen und nicht Ruhe gibt, bis er endlich tut, was sie möchte. Mach das mit Gott genauso, sagt Jesus. Darum mit Ausdauer, mit Zuversicht beten. Auch heute wieder im Nachtgebet um 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ku Untertitelung des ZDF, 2020